Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, ich mache weiter mit der Vorstellung der Spieleverlage aus der Sammlung vom Rheingauer Brettspieltreff. Heute stelle ich euch die Brettspiele vom Spielverlag Lookout vor. Und beginnen möchte ich mit einer Ausgabe von Goa, ein Spiel für zwei bis vier Mitspieler. Wir erkunden als Händler und Abenteurer den Indischen Ozean mit einem Ziel, den Gewürzen Südostasiens. Wer am Ende die erfolgreichste Hanselsgesellschaft hat, hat das Spiel gewonnen. Goa für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Weiter geht's mit Murano. Ein Spiel für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Bei Murano suchen wir die ruhmreichsten Kaufleute. Glasbläser lassen in ihren Glashütten atemberaubende Kunstwerke entstehen und bieten Geschäftsleuten das Glas zum Verkauf an. Nur wer hohen Ansprüchen gerecht werden kann, wird mit Ruhm und Ehre überschüttet und kann das Spiel für sich entscheiden. Murano für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Das nächste Spiel ist Costa Rica. Ein Spiel für zwei bis fünf Mitspieler ab acht Jahren. Wir entdecken die wilde Tierwelt des Regenwaldes, Tukane, Affen, Jaguare und Co. Jeder versucht, der beste Entdecker in Costa Rica zu sein. Costa Rica für zwei bis fünf Mitspieler ab acht Jahren. Das nächste Spiel ist die Kolonisten. Ein Spiel für ein bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Bei diesem Kennerspiel versuchen wir, eine Kolonie aufzubauen und für den Kaiser zu Ruhm und Ehre zu bringen. Kolonisten für ein bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Es geht weiter mit dem Spiel Isle of Sky. Ein Spiel für zwei bis fünf Mitspieler ab acht Jahren. Isle of Sky wurde 2016 zum Kennerspiel des Jahres gewählt. Innerhalb des Spiels versuchen wir, unseren Clan vor den anderen Clans zu schützen und natürlich, wie bei allen, bei vielen Spielen, zu Ruhm und Ehre zu kommen. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, was ja sehr bekannt ist, gerade durch die Lookout-Spiele, nämlich Agricola. Hier die Version des Familienspiels, Agricola-Familienspiel. Ein Spiel für ein bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Auch hier versuchen wir, einen Bauernhof zu errichten und natürlich erfolgreich zu wirtschaften. Hier ist das nächste Spiel, Bärenpark für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Bei Bärenpark planen wir natürlich, hoffentlich erfolgreich, einen Bärenpark für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Aus 2017 ist das Spiel Newsflord für ein bis fünf Mitspieler ab zwölf Jahren. In dem Spiel Newsflord führen wir einen Fischereibetrieb und versuchen, da natürlich die besten Ergebnisse zu erzielen. Newsflord für ein bis fünf Mitspieler ab zwölf Jahren. Ebenfalls aus 2017 ist das Spiel Riverboat für zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Bei dem Spiel Riverboat versuchen wir, unsere Feldfrüchte, die wir erzeugt haben, über den Mississippi nach New Orleans zu bringen und damit natürlich die meisten Siegpunkte zu machen. Riverboat, zwei bis vier Mitspieler ab zehn Jahren. Aus 2018 ist das Spiel Hexenhaus für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Bei Hexenhaus versuchen wir, durch Lebkuchenbäckereien, die frechen Märchenwesen aus dem Wald zu locken und zu fangen und damit Siegpunkte zu bekommen. Hexenhaus ist für zwei bis vier Mitspieler ab acht Jahren. Ebenfalls aus 2018 ist das Spiel Neom für ein bis fünf Mitspieler ab zehn Jahren. Wir sind Architekten, die unsere Träume wahr werden lassen. Wir verbessern die Infrastruktur, indem wir Straßen bauen und die Städte mit Strom versorgen und Waren produzieren. Wir versuchen also, die Stadt der Zukunft zu erbauen. In dem Spiel Neom ein bis fünf Mitspieler ab zehn Jahren. Das waren Brettspiele von Lookout-Spiele, die in den letzten Jahren herausgekommen sind. Alle vorgestellten Spiele können natürlich auf Wunsch an den Spieleabenden des Rheingauer Brettspieltreffs getestet und ausprobiert werden. Viel Spaß!